Arbeitet ohne Kohle. Schaut schon mal gut aus. Hallihallo Lüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play New Life. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist es in diese Richtung? Ich glaube in dieser Richtung waren wir irgendwo mal... Ah, nein, ich will nicht, Moment. Ich müsste doch irgendwo nach Hause stehen oder sowas. Ähm, Map. Nein, falsch. X, das hilft mir. Ah, okay, ich sehe da auf jeden Fall Häuser, also müssen wir in diese Richtung. Das ist schon mal gut. So, und, äh, ja, ich habe es leider nicht geschafft mit den anderen aufzunehmen. Gestern. Und ja, da ist dann ja jetzt auch schon das Problem. Eigentlich hätte diese Folge jetzt, wenn sie normal rauskommen würde, vor 20 Minuten online sein müssen. Geht jetzt schlecht, wenn ich gerade dabei bin, die aufzunehmen. Äh, man, kommt man hier in die Stadt, leckt es ohne Ende. Ich frage mich wirklich, was hier leckt. Äh, ich muss hier raus, oder? Genau. Ähm. Ähm. Lyrus Bunker. So. Äh, in diese Richtung ist es, glaube ich. Ja, genau. Nicht, dass ich mein eigenes Haus nicht mehr finde. Ähm. Ähm, genau. Und da wollte ich nämlich heute jetzt wieder ein bisschen weiterbauen. Ich meine, das andere, das können wir dann machen. Ach, Methos hat die Schafe zu Glück gefärbt. So, ich meine, das andere können wir machen, wenn wir mal dabei sind. Und was ich jetzt mit dir hier irgendwie machen kann, weiß ich auch noch nicht. Hast du? Du steckst gerade mit deinem Kopf im Dings fest. Okay. Ähm. Ich kann versuchen. Magst du zufällig gekochten Fisch? Naja, aber ich. So. Hab auch nur Minecraft. Ich bin nicht so der Fisch-Fan. So, schauen wir mal. Ähm. Brot habe ich ja schon versucht. Sollten wir es mal mit einer goldenen Karotte probieren. Das waren acht Nuggets oder sowas. Und eine Karotte in der Mitte, oder? Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wo sind die? Ach, da oben bist du. Hallo. Wie geht's dir? Ich habe keinen Plan mehr, was mit unserem Sohn passiert ist. Entschuldigung. Küssen. Und, äh, dann. Aha. Ja. Ja. Sind wir nicht verheiratet? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Ist ja egal. Hm. Hm. So. Ich müsste mir hier irgendwann mal das Ganze so hinsetzen, dass ich, äh, dass das Ganze passt. Hier sollte eigentlich meine Küche hin. Wohnzimmer. Weiß ich nicht, ob ich das da lasse. Hier, ähm. Auch. Soll ich das mit Slabs machen? Ich bin mir nicht sicher. Dieses Fass. Damit kann man, glaube ich, Bier brauen. Und jetzt können wir auch mal schauen. Ähm. Barrel. So, schauen wir mal. Okay. Steht nix dabei. Steht aber auch hier nix da. Kann ich hier irgendwas reinsetzen? Woraus ist denn normalerweise Bier, Hopfen, Malz, Gerste, irgend sowas? Barley und ich hab hier Rye. Ich meine, wir können ja einfach mal schauen, was passiert, wenn wir da verschiedene Sachen reinsetzen. Kann ja gut sein, dass da irgendwas funktioniert. Du? Machst du irgendwas? Ich glaube, Wasser könnte ich hier auch mit reinhauen. Ach, das schaue ich mir irgendwann mal anders an. Keine Lust jetzt. Ähm. Eisen habe ich ja jetzt einiges. Kohle habe ich auch einiges. Wo habe ich denn die ganze Kohle? Hm. Was ist das alles von dem Shopping Trip? Einfach wo Shopping Trip? Wir haben ja hier Ebay. Wir könnten hier Sachen kaufen. Bottles of Enchantment. Können uns Diamanten kaufen für 16 Eisen. Ist eigentlich ziemlich geil. Oder einen Netherstern für 32 Diamanten. Oh, ist das teuer. Was bist du? Wolf. Chicken. Naja, brauche ich eigentlich jetzt momentan nicht. Ich wollte weitermachen mit der Küche. Was ich dafür brauche. Oder für die anderen Sachen. Also Dusche. Ofen. Dingsbums. Was könnten wir denn noch gebrauchen? Äh. Gibt es hier einen speziellen Ofen? Ja. Okay, du bist sehr teuer. Ist das? Ja. Ihr und euer ganzen Eisenblock. Verbrauch hier. Man, wir sollen das alles zahlen. Wenn ich mir hier noch irgendwie über Ebay Eisen bestellen könnte. Durch. Äh. Keine Ahnung. Hier. Durch Holz oder sowas. Das wäre geil. So. 23 Eisenblöcke. Ich würde wesentlich mehr brauchen dafür. Äh. Davon. Naja. Diana bleibt ja hier. Ich muss den Wald hier irgendwann mal abholzen. Aber es schaut schön aus mit dem Shader. So. Das kann ich auch mal schnell machen, wenn ich hier bin. Kann ich auch gleich mal mit den Dingern hier versuchen. Wo habe ich denn jetzt auf einmal die Feder? Ach. Ich war wahrscheinlich zu nah an dem Dingsbums. Ähm. So. Seed. Nein. Ich vermehre euch jetzt nicht. Ich will nicht am Ende der sein, wegen denen es Dileks hier überhaupt gibt. So. Ich weiß, dass es nicht wegen den Hühnchen sind. Dileks waren ja vorher da schon. Und ich meine, so viele sind es ja auch nicht. Was habe ich denn eigentlich auf meinem Schwert drauf? Scharfe eins. Scharfe eins. Scharfe eins. Ich komme hier nicht durch. Ist das dein Ernst? So ein paar Dinge muss ich. Moment. Wupp. Nix passiert. Schade. So ein paar Bäumchen müsste ich demnächst mal wieder fällen. So. Pennen. Ja. Pennen. 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 Danke. Ich habe hier oben glaube ich auch noch irgendwo ein Bett. Genau. Hier. Äh. Okay. Ähm. Soll ich mir hier noch eins holen? Oder zwei? Nebendran. Hier soll ja auf jeden Fall so Schlafzimmer sein. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht die, äh, das Bad hier unten rein machen. Wo so nix ist. Und die Kellertreppe dann irgendwie noch so versteckt. Also, dass wir hier so rausgehen können. Ich habe mich jetzt schon gefragt, ob ich hier überhaupt wieder rauskomme. Hm. So, das heißt, wir brauchen für unseren Ofen, bringt uns der Ofen hier eigentlich überhaupt was? Ich meine, wir können ja einfach mal craften und schauen, was passiert. Du, du solltest theoretisch genau wie normaler Korbistone wirken. Oh, Mann. Oh, Mann. Dieser Eisenverbrauch. Ofen. Äh, ja. Hier soll irgendwo die Küche hin. Ich stelle dich mal kurz da hin. Hm. Brauchst du... Moment. Brauchst du kein... Ich glaube, der braucht... Ne. Du wirst schon Kohle brauchen, oder? Das können wir denn da mal durchfeuern, damit wir es ausprobieren. Ähm, genau. Nenner Stein. So. Oder gehst du nur für Lebensmittel? Hühnchen, komm mal her. Ich habe eine Aufgabe für dich. Nämlich zu sterben. Aber du wirst dann von mir gegessen. Also, freut ich wieder. Äh. Kann ich dich einfach so killen? Und das Hühnchen haben... Hallo. Hunger. Hunger. Oh, Mann. Darf ich dich... Tja, diese Bäume. Diese Bäume. Das geht doch nicht. So. Äh. Ich habe hier noch eine gebrauchte Axt. Dann nehmen wir die hier erst. Ich muss jetzt hier mal kurz Bäumchen fällen. Weil so nervt es ohne Ende. Hack, 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 hack. Und... Bumm. Ah. Schon haben wir Probleme weniger. Und jetzt du noch. Ja, komm. Danke. Dach musste ich ja auch noch irgendwann weiter draufsetzen. Ähm. Habe ich jetzt... Ja, ich habe es eingesammelt. Das ist gut. So. Wollen wir dann uns auch heute noch ums Dach kümmern? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Äh. So. Was passiert denn jetzt? Es arbeitet ohne Kohle. Schaut schon mal gut aus. Muss ich sagen. Schaut schon mal recht gut aus. Ah. Wie geht's dir? Hallo. Erweif. So. Ähm. Glas. Habe ich irgendwo Glas? Moment. Habe ich irgendwo Sand? Ja, bestimmt irgendwo was. Und übersehe ich es nur. Nein. Nicht aus dem Spiel raus tappen. Und nicht auf Vollbild stellen. Vollbild ist böse. Böse. Ganz böse. So. Jetzt seht ihr auch wieder was. Mann. Wollte ich doch gar nicht drücken hier. Ähm. Ähm. Bist du Sand oder Sandstein? Du bist Sand. Ich... Lass mich raten. Ich kann dich jetzt nicht in diesem Ofen da durchbrutzeln. Wurde es eigentlich geil wäre. Auf jeden Fall habe ich jetzt gekochtes Hühnchen. Das ist auch ziemlich geiles. Ähm. Ja. Schauen wir mal wie das hier ausschaut. Mit diesem Ofen-Dingsbums oben drüber. Ja. Schaut schon nicht schlecht aus. Es müsste hier noch theoretisch dann irgendwie was sein. Nur so ist es jetzt auf den ersten Blick nicht mehr so schlecht. Ist hier denn überhaupt irgendwas drinnen? Nein. Schön. Kann ich dich so abbauen? Ohne dass was passiert. Ohne dass du explodierst. Gut. Äh. Was habe ich denn jetzt da dafür reingeschmissen? Ich glaube den Apfelsaft brauche ich jetzt aber momentan nicht mehr so. Ich habe ja die gekochten Fische aus dem Fischwagen. Ähm. Mein Card können wir auch da lassen. Eigentlich könnte ich das mal runterstellen. Ähm. Ähm. Telefon. Telefon. So. Da könnte ich, wenn ich jetzt unter diesem Block hier noch einen Wasser-Dingsbums setze. Äh. Nein. Moment. Kann ich ja eigentlich mal zeigen. Habe ich irgendwo Wasser? Eimer. Ich weiß. Das ist jetzt keine Schaufel. Ähm. Eimer. Habe ich keinen Eimer? Eimer. Eimer. Äh. Ja. Dusche habe ich oben noch. Ah. Da sind Wasser-Eimer. So. Wenn ich jetzt hier den hier reinsetze. Dann kann ich den hier. Könnte ich den hier normalerweise. Es ist jetzt weil du hier rumpackst. Das ist dein Ernst. So. Ja. Jetzt hat er diesen. Äh. Das Wasser da runter. Geschickt. Ich habe nur keinen Plan mehr wie ich das. Nein. Nicht oben drauf. Ich habe nur keinen Plan mehr wie ich das wieder zurücksetze. Also hier nach unten bringen lasse. Naja. Jetzt ist halt Wasser drin. Schaut auch eh geil aus. Ähm. So. Und so. Hm. Der Ofen geht ein bisschen weiter hinter. Okay. Äh. Ich wollte mir hier ja durch. Was durchschmelzen lassen. Wieso nehme ich eigentlich nicht meinen Speedofen hier? Naja. So viel Speed ist da ja auch nicht. Ähm. Garbrot. Ich habe ich gebraucht. Moment. Sind da oben überhaupt noch Löcher? Oder ich mache hier die Seite einfach mal zu. Ne. Hier oben sind keine Löcher mehr. Das heißt. Ich kann dich hier einfach mal nehmen. So. Und zersägen. Sägen. Sägen. Okay. Dafür dass du jetzt eh nur in diese Seiten rein musst. Wo nichts ist. Also hier. Kann ich dich eigentlich so klein sägen wie möglich. Und dann spare ich mir noch ein bisschen die Arbeit dabei. So. Dann kommst du nämlich ganz einfach hier ran. Dann habe ich hier mal dieses blöde Erdloch hier nicht mehr in meiner. Und du schau. Schau woanders hin. Schau woanders hin. Schade dass deine Hitbox jetzt nicht hier ist. Äh. Und Loch. So. Hier müsste ich eigentlich auch mal das Ganze herstellen. Äh. Vor allem da wo man durchschauen kann. Äh. Hm. Ich könnte hier schauen dass ich das hier irgendwie. Hier soll ja eh das Bad hin. Dass ich das hier irgendwie dann mach. So anders. Äh. Moment. Da brauche ich mehr. Dickere. Sonst werde ich da noch wahnsinnig. Äh. Oder soll ich die dünnen lassen. Und sie einfach mal so durchziehen. Weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht. Hier muss ich mir noch was überlegen. Wie ich das dann mache. Mit der äh. Äh. Mit dem Bad. Nein. So nicht. Wenigstens brauche ich jetzt hier keine Spitzhacke. Um die wieder abzubauen. Äh. So. 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 Dann hier hinten noch. Wieso. Hm. Und da. Und da. Und da. So. Mein kleines. Tischchen da vorne beim Fernseher. Habe ich ja noch. Och Mann. Wieso. Ich lasse dich jetzt einfach da drinnen. Das ist mir jetzt egal. So. Und hier hinten jetzt noch. Äh. Erstmal den alten wieder raus. Aber hier brauche ich nur eine Seite. Hm. So. Und dann nach unten ziehen komme ich da. Ich komme da sogar hoch. Das ist gut. Das ist schön. Äh. Ja. Können wir das hier auch mal. Ich sage schon gar nichts mehr. Mal schauen wie viel gepowerte. Ähm. Schienen wir machen können. Dann können wir die noch. Nein. Wieso. Jedes Mal schmeiße ich die Säge raus. Egal welche von welchem Mod. Ich schmeiße einfach raus. Ähm. So. Das ist die Powered Rail. Gold. Sticks. Und Redstone. Habe ich noch irgendwo Redstone? Ich glaube ich habe das alles irgendwann meinem Mythos gegeben. Redstone. Redstone. Nee. Ich habe gedacht ich habe jetzt irgendwo was gehört. Aber nee. Da ist noch Glas. Okay. Glas ist gut. Ich brauche ihn nicht mehr. Redstone. Redstone. Wieso habe ich so viel Mist in meinen Kisten? Redstone. 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 Ah. Da muss ich zum Mythos und was klauen. So. Gut dass er seinen Redstone nicht wegsperrt. Ich weiß gar nicht was er alles hier in seinem Safe drinnen hat. Hier müsst ihr Redstone. Nein. Dann ist da drüben Redstone. Redstone. Nee. Es kann nicht sein dass Methos keinen Redstone hat. Irgendwo hier ist Redstone. Wahrscheinlich hat er irgendwo so eine geheime Redstone Kiste. Eins. Eins. Deine Ernst. Nehme ich mir eben dieses eine. Und meine Klingel. Hat mir ja Methos irgendwann mal abgenommen. so äh. Ja schaut doch ganz geil aus hier. Ach. Kabinen. Ah genau die muss ich mir auch noch machen. Dann kann ich mir ein bisschen was aus den Kisten sparen. Äh. Okay. Hm. Hast du hier noch irgendwo was an Redstone? Irgendwo hier muss Redstone sein. Es geht nicht dass hier kein. Kein nix ist. Wirklich. Ich koche da Fisch. Okay der bringt mir jetzt auch ziemlich wenig. Methos wo ist dein Redstone? Ist es wirklich da drin? Ist es wirklich da drin? Nein. Würde mich ja nicht interessieren. Wenn ich ihm nie die ganze Zeit das Redstone. Was ich überall finde. Geben würde. So. Na ja dann schauen wir das beim nächsten Mal. Machen wir jetzt noch ein bisschen mehr Glas rum. Hier oben müsste ich dann von außen noch machen. Moment. Ich bin kurz mal pennen. Schlafen wir doch heute mal oben hier bei ihr. So. Hallo. Wieso ziehst du jetzt dein Schwert? Muss ich Angst haben? Schwert? Brauchst du mich? Ich bin nicht weggegangen. Ich war nebenan. Hier. Interagieren. Küssen. Danke. Das war schön. Also das war süß. Aber schön klingt besser. So. Ähm. Glas habe ich ja jetzt hier noch einstecken. Glaube ich habe das am dünnsten gemacht. Bin mir aber nicht sicher so jetzt wieder richtig einstecken. Warst du? Ne da warst Birchwood und das ist Cobble. Muss ich mir die Dinge hier wieder zusammensuchen. Ähm. Koppel. 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 Ich glaube das war der hier der normale. Und dann von dir habe ich noch welche genug. Das ist genug. Also gut das ist genug. Ähm. Du bist die Größe. So schauen wir mal dass wir die richtigen finden. So viel brauchen wir ja davon nicht. Äh. So. Warst du? Schauen wir einfach mal. Äh. Kein Platz mehr. Ähm. So. Ich brauche den blöden Pilz nicht. Das schaut gut aus. Und dann setzen wir die hier noch da unten hin. Da müsste das ja auch klappen. Äh. Ist ja nirgendwo irgendwo was frei. Ah. Hilft nix. Ah. Ich kann die Klingel mal draußen anbringen. So. Jetzt kann man wieder klingeln. Juhu. So. Nach oben. Und hier überall das Zeug hin. Ähm. Komm. Stell dich auf. Stell dich auf. Gut. Gut. So. Dann haben wir hier auch unser ganzes. Oder auch nicht. Weil wir jedes mal was falsch machen. So. Wupp. Wupp. Und. Wupp. Bringen wir da drauf. Bringen wir da drauf. Gehen da rein. Und setzen dann die Scheiben ein. Und wie sich das reimt. müsste ich die ganze Zeit schon irgendwann mal machen. Bin mir nur am überlegen ob wir das hier jetzt die ganze Zeit so machen. oder ob wir dann die scheiben am schluss machen also hier jetzt erst mal so rum gehen mit diesen dingen hier danach rum mit den bergberg schmutz covern würde ich hier gerne als erstes okay ja das blöde seit hier müssen wir rausgehen anders schaffen wir das dann nicht aber sollte ja auch machbar sein so und so und jetzt da drüben noch theoretisch müssen wir gar nicht mehr raus steigen später müssen wir dann auch nicht mehr raus ich meine das können wir dann alles von drinnen setzen wieso wieso ja das mikrofon mal kurz übersteuert jetzt mach letztlich so hin wie du sollst und noch ja ich glaube ich mache heute die strecken hier fertig da drüben wollte ich das ja so lassen mit meinem schlafzimmer hier so so dann müsste jetzt eigentlich nur überall wird muss ich das wirklich von außen setzen nein komm es muss doch eine schönere möglichkeit geben kann ich dich nicht hier von außen setzen doch man aber ich kann so drauf stehen und die setzen es ist nicht so zeitaufwendig habt ihr denn irgendeine schöne idee fürs dach muss ja am ende noch irgendwo eins drauf ansonsten regnet es rein rein regnen das blöd weil wenn mein bett da oben steht ich will nicht dass mein bett nass wird wenn wir hier jetzt mit diesen fronten fertig sind dann muss ich die frau hier auch nicht mehr fürchten weil dann hat sie nichts mehr was sie angreift da rum und dann fensterscheiben fensterscheiben wir haben es gleich geschafft wir haben es gleich geschafft wir haben es gleich geschafft Musik wieso bist du jetzt auf einmal so still Ah ok Connection lost ist das nicht schön Back to title screen Komm nicht drauf Bin doch ich angezeigt Bin doch ich angezeigt Wer ist denn da Hallo Hallo von der anderen Seite Logging in Logging in Logging in Cancel Komm Refresh Was ist denn jetzt da los Can't reach server Jetzt ist er wieder da Schön Jetzt bin ich auch wieder da Hat sich hier irgendwas So Das hat mich ein bisschen zurückgeworfen Leider Ich glaube hier hatte ich schon Hatte ich nicht schon ein bisschen Klar Moment Wieso läuft das jetzt auf einmal so flüssig Was zur Hölle ist da los Wieso läuft das so flüssig Oh Sagt mir ihr habt es mit dem server wieder richtig hinbekommen Dass das server hier jetzt in der stadt hier auch flüssig ist Das war ja so ein hauptgrund wieso Kalle weg wollte Das ist ich Dass es ihm hier in der stadt zu sehr geleckt hat falsche kammer Hier Genau Nein Jetzt fängt es wieder ein bisschen an Das war mal eine schöne abwechslung Wenn jetzt geht es eigentlich ziemlich Ich So Dann schauen wir doch Dass wir hier überall Glas rein machen Und dann war es das mit der heutigen Folge Ich sag auf jeden Fall schon mal Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Jo Wie gesagt Wenn ihr irgendwelche Vorschläge fürs Dach habt Schreibt mir die gerne rein Und Ciao 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 Ciao